Den Alltag hast unten gelassen, weit unten im Tal. Du hast dich in der Dunkelheit auf den Weg gemacht, nach oben. Hinauf in eine Welt, in der Zeit keine Rolle mehr zu spielen scheint. Und nun stehst du da, genießt eine Ruhe, von der du weißt, dass es sie nirgendwo sonst so geben kann. Du schließt die Augen, atmest die Kraft der Natur ein und spürst, wie geheimnisvolle Kräuter deine Sinne weit wegtragen. Weg vom Alltag. Und so stehst du da, den Nebel, der unter dir durch das Tal wabert, kannst du nur erahnen. In Erwartung eines wundervollen Tages genießt du noch die letzten Augenblicke der Morgendämmerung. Noch einmal die Augen schließen, die intensiven Düfte in dich einfließen lassen. Und dann ist er da, der Augenblick, auf den du gewartet hast. Der Augenblick, an dem die Königin des Himmels sich langsam hinter den gewaltigen Bergen erhebt und deren Gipfel in einem märchenhaften Glanz erstrahlen lässt. Ein ruhiges Spektakel. Anmutig und doch so kraftvoll. Und du bekommst einen kleinen Eindruck von der unendlichen Schönheit, die uns die Natur bescheren kann. Und dann spürst du die Wärme und das Leben. Herzlich Willkommen an der Rossfeld Panoramastraße. Nehmen Sie sich die Zeit, diese traumhaften Bilder zu genießen. Das Berchtesgadener Land gehört zu den schönsten Flecken Erde, die Deutschland zu bieten hat. Unzählige Touristen aus aller Welt kommen jedes Jahr in diese Region, um sich zu erholen. Und vor allem um die Kultur, die Natur und landschaftliche Sahnestückchen unserer Heimat zu genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020